Hallo meine Tanuki, wie versprochen gibt es heute natürlich dieses Abnehmvideo, wie habe ich das geschafft, weil viele haben uns immer gefragt, wie hast du das geschafft in 6 Monate und ist ja total ungesund und hin und her und bla bla bla, deswegen mache ich dieses Video jetzt nicht nur für euch, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, ein bisschen zu mir, was wir uns noch ein bisschen kennenlernen, und zwar, ich heiße Markus, schon seit 37 Jahren, ja jetzt ist der auch mein Alter seit 37 Jahren, ich weiß, ich schau nicht so aus, nein nein, ich habe ein bisschen Jungs schon ausgedacht, ähm, ja, noch zu mir, ich liebe Anime und Manga, ich mag's Mann bin ich, ich liebe Asien, sprich Japan, ich war schon oft in Japan, ich dachte kein Anime, ich bin ein Akiha Dara, das ist so geil, das ist wie ein Schiraffenland für mich, natürlich, und, ähm, ja, und, äh, ich war jetzt bis vor kurzem, äh, in Taiwan für 6 Monate in Taipei in der Hauptstadt, und bin deswegen hingeflogen, weil ich 6 Monate zur Schule gegangen bin, sprich, da habe ich nie gelernt, was wirklich sehr schwer ist, aber ich kann schon ein bisschen, perfekt noch nicht, zum roten Film, da braucht man noch ein bisschen länger, ein paar Jahre, dass man das kann, aber ein bisschen kann ich schon sprechen, und ich verstehe, in Zukunft die Leute im Chinesischen, was da machen, sprich, ich bin nicht, ich bin nicht, nein, nein, ähm, ja, und, ähm, ich bin seit 2 Wochen wieder zurück, aus Taiwan, ich bin jetzt schon wieder Taiwan, aber ich freue mich wieder in November wieder hin, für 6 Monate, äh, um weiter zur Schule zu gehen, und, äh, und ich vermisse mich in Taiwan meine Freunde natürlich, weil wir für lustige Kinder, wenn wir Party gemacht haben, das war echt witzig, riesig. Ähm, ja, so, jetzt aber genug von mir, jetzt zum Thema Atmen, und zwar, ähm, angefangen hat das Ganze in Taiwan, in Taiwan, also schauen, wie die Leute wirklich, also die Menschen dort in Taiwan nehmen, regel ich sie auf meinen Körper, der Körper ist schön und heilig. Und es wird ganz, ganz fett, ganz wichtig, dass das jemand, ich finde, was dick ist. Ich wage aber die Attraktion, nicht Taiwan, definitiv. Na gut, ich habe, wie ich nach Taiwan geflogen bin, 133 Kilogramm, ganz genau, das weiß ich nur. So, irgendwann einmal, das war im Januar dieses Jahr, ich glaube, das war Anfang Januar, oder? Ähm, ich bin jeden Tag mit der, in die Schule gefahren, mit dem Bus natürlich, und mit der U-Bahn, und, was immer sehr aufregend war, ich habe immer gerne raus gesehen, weil es immer das neue Ding gegeben hat. Ja, dann irgendwann einmal, um ist man zur Schule, raus, war der für ein Bus, und natürlich die Busse, die Sitzgelegenheiten und die mit der U-Bahn sind asiatisch geschnitten. Das heißt, ich als Europäer, mit meinem Gericht, mit meinem Popo, habe ich mich reingefendet, wirklich reingefendet. Und, ja, ich stehe den Bus ein, drehe mich wieder in den Sitz rein, nehme mir das Sitzgelegenheiten aber her, und sein Ellbogen war natürlich in meinem Bauch, weil er sonst keinen Platz gehabt hat. Und das war mir sehr unangenehm. Und, ähm, und irgendwann, irgendwann während der Busfahrt, habe ich so zum Denken angefangen, angefangen zu nachdenken, und diese Sprache vielleicht, sag's euch. Ähm, es kann nicht mehr so weitergehen, das geht nicht mehr. Jungs, ich muss was machen, ich will nicht mehr mal dick sein, ich will nicht. Ich mag das alles nicht mehr. Wenn Schuhbänder binden, bleibst du in die Luft weg, wenn Treppen steigen musst du, wenn du in den sechsten Stockholen gewohnt hast, in Taiwan ohne Leben. Viermal stehen bleiben und Luft zu holen und rasten, das war echt heftig. Und, ähm, ja, und dann auf einmal hat es wirklich klick gemacht. Es hat, es hat klick gemacht. Ich war selbst von mir überrascht. Es hat klick, klick, klick gemacht. Und von dort an, habe ich echt gesagt, aus. Nur, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich nehme ab. Das kann sein. Natürlich, ich habe viele Dresden schon probiert. Jedesmal gescheitert. Für Joe-Effekt, für das Doppelte raus. Aber von dort an, ich weiß nicht, was mich da geredet hat. Natürlich, ein positiver Sinn. Ähm, ich habe abgenommen. Ich habe von heute auf morgen Katz gemacht. Ich habe keine Süßigkeiten mehr gegessen. Keine Nudeln. Keine Pekala. Kein Brot. Gar nichts. Ich habe nicht wirklich die Nummer von Rohkost ernährt. Wirklich Salat. Jeden Tag Salat. Ich mittlerweile liebe ich Salat. Ich meine, da habe ich vorher auch schon gesetzt. Ich liebe Salat. Aber die haben wir jetzt noch mehr. Und, früher habe ich wirklich eine ganze Süßes Salat, große Süßes Salat gegessen. Äh, dass der Hunger irgendwie weggeht. Weil natürlich hat man auch Hunger und Heizung dazwischendrin. Das ist einfach so. Man muss einfach drüber stehen und den Schweinehund besiegen. In Amelsnot. Und, ähm, ja, ich habe den Schweinehund wirklich überstanden. Mittlerweile habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Diesen Heißhunger nach irgendwas oder ich will etwas essen und hin und her. Ja, ich wollte übrigens mal was essen. Ich habe einfach gar nicht gegessen. Ich habe einfach gar nicht gegessen. Ich habe einfach gar nicht. Ja, jetzt kann man später abkommen. Ähm, ich wohne die Süßensulie gerade zum Essen zwingen. Weil ich vergiss das mittlerweile. Und, ähm, was natürlich nicht gut ist. Leute, macht das nicht. Und, ähm, ja, und so hat das Ganze angefangen. Und die Kinder sind dann ein bisschen geburzelt natürlich. Und, ich bin total sehr Sportmuffel. Extrem. Und mich als keine von Spügelstuhl reinbekomme. Wirklich, wenn ich einmal vorbeigegangen bin. Ich habe die Leute gesehen. Beim Abstrappeln, beim Fenster, wo man durchschauen kann. Und vorgehe, vorbeigehen. Ich sage, ha, 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 ha. Die machen Sport, ich habe mal. Die machen Kuchen rein. Yeah. Wären wir der Dumme? Natürlich nicht. Ist ja klar. Oder? Tja. Mittlerweile gehe ich Sport. Mittlerweile gehe ich jetzt wirklich mittlerweile. Vier Mal die Woche ins Fitnessstudio. Ich gehe auch heute Abend wieder. Weil mir Sport wirklich Spaß macht. Und es tut auch wirklich gut. Am 50. Nachts wirklich gut. Ich habe das nie geklappt vorher. Niemand wieder was unter der Seele sagt. Mittlerweile glaube ich jetzt. Weil ich selbst schon. Jedes Mal, wenn ich Sport fett bin. Ich spüre das Leben. Ich bin wieder gut gelaunt. Und, und. Und ich bin eigentlich immer gut gelaunt. Das wäre jetzt blöd. Ich bin immer gut gelaunt. Ich bin immer witzig. Und ein bisschen crazy. Glauben Sie es? Ein bisschen witzig. A little bit crazy. Ehrlich. Und. Und. Ja. Und dadurch sind die Kilos wirklich gebutzert. Ich habe das gesehen. Die Kilos gebutzert. Ich denke. Wirklich. Die fallen wie. Weiß ich nicht. Wie. Ringtropfen. Von dir. Ich bin voll mit dir. Und. Und. Ja. Das motiviert einen immer. Man sieht immer Erfolge. Und. 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 Das motiviert noch mehr. Noch mehr. Die Leute. Wenn sie sich sehen. in einer langen Zeit. Boah. Bist du dünn geworden. Mir hast du das gesagt. Sowas motiviert. Das geht runter wie Honig. Aber extrem runter wie Honig. Und. Ja. Mittlerweile. Keine. Ich kenne mich. Von der Leuchte gar nicht. Meint. Was ich natürlich. Im positiven Sinne. Äh. Entfinde. Weil ich weiß. Okay. Ich habe es doch geschafft. Endlich. Gott sei Dank. Ich gehe dann natürlich. Und. Boah. Es ist wirklich. Du bitte Markus. Und ich. Ja. Wischig. Und dann haltet meine Händelchen. Boah. So wie vorher ausschaut. Oh. Markus. Das war so witzig. Und ja, ich hatte vorher auch keine blonden Haaren, weil ich mal trauen hatte, dass ich mir nicht geschät habe, irgendwas zu machen, wenn ich mich noch mollig war. Und das Selbstbewusstsein kommt zurück, definitiv. Das habe ich auch wieder. Und das tut auch wirklich gut. Man schaut wieder öfters auf mich selbst, weil ich nicht habe, dass ich das vorher auch nicht gemacht habe. Aber trotzdem, man schaut noch viel mehr drauf. Und ich war am Wochenende jetzt das erste Mal in Graz wieder unterwegs und fort. Ich bin natürlich ein paar mal angemacht worden. Danke an die Leute, die mich angemacht haben. Und das tut einem gut wieder. Man merkt, okay, ich gefällt jemandem wieder. Nicht nur einer mehr, aber... Und ja, ich habe auch zwei ein nettes Werken kennengelernt, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und total nett, total witzig, total crazy, gleich wie ich. Und ja, oh, ich sehe schon, ich sehe mich noch ein bisschen bald auf. Hey Leute, ich gebe jetzt mal ein Tipp nochmal. Bitte abonniere, äh, bitte abonniere. Was sage ich denn heute bitte? Nein, bitte. Macht einfach ein bisschen Sport. Es tut nicht weh. Und wenn es nur eine halbe Stunde spazieren ist, es tut wirklich gut, es tut mir einfach gut. Es tut etwas Gutes. Und ja, und übrigens noch was, bevor wir jetzt Schluss machen. Ich gehe am Freitag auf einer Uni-Party. Und ich werde in Berlin filmen ein bisschen nett. Und es wird sicher lustig, wenn der liebe Marco ein bisschen recht angehärtet ist. Okay, aber es sind immer solche Vollpapssachen immer. Ich halte mir meine eigenen Füße aus. Hahaha. Ist mir schon oft passiert. Klappt es mir. Und ich falte die Treppe nicht runter. Ich falte sie nicht. Falte sie nicht mehr raus. Ja, Leute. Bitte, bitte abonniert meinen Facebook-Kanal. YouTube-Kanal folgt heute noch. Den Link schieb ich jetzt unten dazu. Bitte abonnieren. Es folgen ganz viele Videos. Witzige Videos. Wie gesagt, es gibt viele in Planung. Und das wird... Danke jetzt. Ich glaub mir das. Dann, ich sag Danke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Meine Tanuki. Alles Gute. Tschüss.